Hallo und herzlich willkommen zur Beefcamp. Heute machen wir Tomahawks. Unsere Tomahawks, beziehungsweise unsere ganzen Swiss Premium Beef Selection Fleisch, kommt alles von Bauern hier aus der Region. Das heißt, wir setzen da natürlich sehr drauf, dass wirklich aus der Region die Bauern gefördert werden. Das hier ist jetzt sechs Wochen gereift. Das ist das obere Stück. Es ist natürlich jetzt, wie man sieht, durch den Reifeprozess müssen wir recht viel abparieren. Das Fett, das sollte dranbleiben. Das heißt, hier oben kommt ein schöner Schnitt rein und dann geht das hier runter. Hier sieht man die Rippen und da sollte man dann wirklich schön schnitten. Vor allen Dingen das Erste, das ist recht knapp hier ran weggeschnitten und sollte man das relativ weit hier ansetzen, damit man dann schön Schnitt hat. Da sieht man es. Schöne Stück Fleisch, schöne Maserung. So, da wir jetzt wissen, wie wir es auseinandernehmen, fangen wir jetzt mal an, das auf unserem 800 Grad Grill zu grillen, was natürlich hier in Bern auch mal wieder einzigartig ist. Aber das wollen wir ja auch im Beef sein. So, schönen Druck. Dann geht das Ganze mal rein. Da wir hier am Abend locker mal 120 Stücke Fleisch rausschieben, haben wir hier natürlich auch spezielle Thermometer, die man eigentlich im Hausgebrauch nicht so kennt. Gehen wir mal rein. So, jetzt haben wir natürlich hier noch schöne Stückle. Dann geht hier vorne am Knochen entlang ein Schnitt. Und dann schneiden wir das natürlich in verschieden lange große Tranchen. Jetzt können wir mal gucken. Et voilà, schönes Senio, Medium Rare bei uns heißt es. So sollte es sein. Dann kommt es so, wie es ist, auf einen Butter-Teller. Zack. Und dann wird es so serviert. So, das war es mal wieder von der Beefcam. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Einblicke in unser Küchenleben hier gewähren. Und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.